So, hallo und herzlich willkommen zu unserem zweiten Teil von unserem Meganeal Tin Battle. Wir haben ja den Dio Heart hier bei mir zu Hause und wir haben uns mit zwei Tins von Meganeal, wollten wir uns betteln. Und in seinem Video haben wir die ersten beiden Booster aufgemacht, die machen wir nämlich immer parallel auf. Und da werdet ihr auch die Regeln für ein Giveaway erfahren, denn der Verlierer muss nämlich seinen Inhalt der Tinbox samt Promo und Tinbox weggeben bzw. verlosen. Und da bekommt ihr die Regeln bzw. ihr müsst einen Satz bilden und müssen wir den bei jedem Video ins Kommentar. Ne, können Sie sich aussuchen, aber hier fährt das zweite Wort dann für den Satz. Also jedes Kommentar zählt auf jeden Fall. Genau. Ich meine, wer will keine Meganeal Promo haben? Hammer mega geil. So, und wir werden... Sollen wir noch sagen was im ersten Video? Na, das ist ein zu großer Spoiler. Okay. Das ist ein Spoiler. Gut. Ihr sollt ja auch zu dir gehen. Und wie gesagt, wir machen die Booster parallel auf und wir machen jetzt weiter mit Platin Ultimative Sieger. Und hier, was ist hier nochmal drin, Secret Rare mäßig? Äh, ich glaub die ganzen legendären Vögel und der Versus Seeker. Aber wie gesagt, wenn ihr das Video von dir noch nicht gesehen habt, dann geht es zuerst zu dir und guckt euch das an, damit ihr das so im Zusammenhängenden seht. Ah, cool, ich kriege ich da raus. Jetzt ein Versus Seeker. Jetzt einen Versus Seeker. Der gibt einen Ex-Toppel. Der, okay, der gibt einen Ex-Toppel. Und jetzt, jetzt kriegst du wahrscheinlich einen Versus Seeker. Ich werde es schon kommen. So, wir fangen an. Willst du, du fängst an? Ich habe Syrus Entschlusskraft. Ein Panzerheron FB. Ein Wieser Knosp. Ein Maskeregen. Und... Und... Verdammt. Ein Relikant. Willkommen auf. Pionscora. Dodu. Ein Pantimimi. Ein super süßes Pikachu. Ein Kaumsalat. Nein, Kaumalat heißt er natürlich. Ein Karpador. Kann rumrudern. Magnetilo. Ninkada. Zubat. Barmelin. Jetzt müssen wir zu Reverse kommen, oder? Jupp. Uuuuuh, wenn das ein Reverse-Sieger kann ja auch hier drin sein. Stimmt, stimmt. Das wäre dann ein doppelter Extrapunkt. Napp Teleporta bei mir. Staravia auch, nur eine Ankommen. Und die Rare. Ein Daudos. Leider keine Punkte für irgendjemand von uns. Nee. Aber ich habe ein cooles Daudos mit einem Mond im Hintergrund. Das stimmt auf jeden Fall. Sieht nicht schlecht aus. Wir müssen aber zum Schluss eh die Pulse aus dem ersten... Also wir müssen nicht die Pulse zeigen, aber die Punkte zeigen. So, also letztes Pack. Jetzt kommt's doch mal ein Rätsel verwunder. Hier muss was drin sein. Finde ich immer spannend, die Edition. Das habe ich sehr, sehr geöffnet. Ich habe noch ein paar Pulse oder so. Die kommen auch noch. Definitiv. Definitiv. So. Wir fangen an bei mir mit einem Lombrero. Und ein Vibrava. Das ist auch so ein Pokémon. Kappa-Lobos hat man auch nie wieder gesehen. Doch, das war in... ...Protoshock. Echt? Ja, als Ding sogar, als Extended Artwork. Wie heißen sie? Äh, keine Ahnung. Ancient Raid. Genau, stimmt. So, Nidorinon. Icopyto. Der Rivat, ne? Nicht, nicht. Nicht erwarten. War sogar gar nicht so schlecht. Nioran. Sonnkern. Wunderball. Knackleon. Corazon. Taupsy. Visor. Lothurzel. Potrot. Natur. Kommen wir zu Ravs? Ja, ich glaube schon. Ah, neun. Oh, mod. Ist das neun? Nein. Oh, Schneiderland kamen. Das heißt, auf die Karte kommt es jetzt an. Und, und, und. Scheiße. Ein Ballett. Also wieder keine Punkte. Ein Burma-Damm. Das heißt, die Punkte wurden alle nur bei Dio vergeben. Und... Jetzt müssen wir es auflösen. Sollen wir die Pulse zeigen? Ja, müssen wir. Ich habe im ersten Part ein Giratina gezogen, was ne Holo ist, was zwei Punkte gibt. Und er hat leider, leider, leider ein Clurag und ein Frostedium mit drei Punkten. Ja, Clurag gibt ja auch schon drei Punkte, weil er so cool ist. Das heißt, wenn ihr diese wunderbare Tinbox inklusive ne Giratina-Holo und ne Meganeu Prime als Promo bekommen wollt, also nicht Giratina-Promo, einfach Giratina-Holo, und die ganzen Karten, die könnt ihr haben, wenn ihr, wie gesagt, die Gewinnspielregeln, folgt unser letztes, das andere Wort war weich, oder? Weich, genau. Es war weich, genau. Also, das erste Wort findet ihr im Video von Dio, das zweite habt ihr gerade gehört, und daraus bildet ihr bitte einen wundervollen Satz, den ihr uns in die Kommentare schreibt. Und, ich würde sagen, das war's mit dem Battle. Ich würde sagen, ich gut gebattelt. Das war so ein gutes Battle, dass ich meine Karten auf jeden Fall auch dazu gebe. Außer das Clurag. Das Clurag gebe ich nicht her. Das Prostete gebe ich sogar noch dazu, so sehr viel nicht mit meiner Perfektsweise, aber das Clurag muss ich für meine Clurag-Kollektion behalten. Also, kriegt ihr die doppelte Portion auf jeden Fall an den Karten. Haben wir schon einen guten Pot, und ich würde sagen, das lohnt sich auf jeden Fall. Allein schon diese wunderbar hochqualitative Tinbox. Aber, so, das wär's auch dann gewesen mit diesem Battle. Wenn's euch gefallen hat, dann das auf jeden Fall noch einen Daumen nach oben, da, so, passt das? Vier, macht euch drei Fake-Counts, und, ne, macht das nicht. Und guckt auf jeden Fall auch beim Video von Dio, wie gesagt, vorbei. Das Ganze muss man zusammenhängend sehen, und, ja, wir sehen uns beim nächsten Battle wieder. Tschüss. Beim nächsten Video, und ich wünsche euch da einen schönen Tag, haut rein, bis dann, ciao!